Ich habe jetzt einen Plan. Ich bin gespannt. Du gehst vorne rein, ohne Maske, ne, und gehst da oben ganz langsam und guckst dich mal ein bisschen um, wo die Kameras sind, würde ich mal sagen. So. Und dann, ich mach so lange den Scheiß da hinten so, alles, ne, und dann, damit wir halt klar wissen, wo die Kameras sind oben. Jupp. Damit wir das wissen, haben wir irgendwie schon, haben wir schon anderes geschafft. Wirst du nur noch das Geld rausbringen dann. Okay, zwei, drei, drei Kameras. Ich meine, ich habe weniger Erkennungswert, egal. Ja. Und ich geh, äh, okay, geh du rein. Ich geh rein, ja. Drei Kameras unten. Oben ne Kamera. Security. Da ist keine Kamera. Ach, ich muss unbedingt pissen, gleich danach. Da ist ne Security. Da ist ne Security. Da ist ne Security. Und der raus? Ne, würdest du sagen. Der geht, geht grad raus, ja. Der ist rausgegangen. Der Security. Wenn der außenrum geht, schnapp ich mir den. Na. Na, der geht nach links, das heißt, der wird wahrscheinlich nicht außenrum gehen. Geht oben rein. Ja. Ich behalte den ein bisschen im Auge, ja. Na, der geht außenrum. So schaut, ja. Ja. Jedem hinterher, ja. Ja, ja. Ja. Geht nach hinten. Ja. Soll ich mich um ihn kümmern? Ja. Auf jeden Fall. Slow motion. Was hast du dir denn bitte geholt? Ganz drüben. Ja. Ganz drüben? Ja. Okay, gut. Egal. Ja. Musst du nur die Leiche ein bisschen aus den Augen. Aber schnieke, schnieke. Was warten du? So haben jetzt die Polizisten einen. Ich brauche nämlich die Leichensäcke für draußen, wenn wir es so weit schaffen überhaupt. Mhm. Damit draußen keine Alarm steckt wieder, also wieder vor. Ja. Hab einen Polizisten. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Passt. Hier hin. Achtung, da hinten ist Kamera. Hm. Alright. Muss aufpassen. Na wo ist da noch ein? Viele Polizisten eins, zwei. Draußen? Naja. Vom Fenster fernhalten. Immer fernhalten vom Fenster. Ja. Achtung, da kommt jemand. Was ist da noch jemand? Was ist da noch? Was ist denn da noch? War bei Bunden? Passt. Uh, Security kam. Das ist die Kamera. Also, eins, zwei Polizisten sind immer weg. Meiner noch, äh.. Einer noch, ähm, Dingsraum? Sicherheitsraum. Bleib du mal bitte hier oben. Wie kann man denn da in Sicherheit... Da hinten ist nämlich kein Sicherheitsraum. Da ist keine Tür. Dann, Bruch. Wie soll ich denn da jetzt reinkommen? Keine Ahnung. Wir warten... Ich kann ja nicht einfach da unten reinrushen, ohne... Irgendwie weiß was ich mein. Dann sehen uns die Kameras trotzdem. Ja, bleib du mal oben besser, wenn jemand kommt. Ja. Ich überleg mir grad mal einen Plan. Ah, da ist die Sicherheit. Die letzte. Erschießen. Ich warte bis er herkommt. Haben. Schön. Passt. Ja. Eine Security. Zweite Security. Dritte Security. Wo ist das? Warte, ne. Jetzt kommen ja die ganzen Dinge jetzt kaputt mal an. Die ganzen Kameras. Ja. Ich weiß nicht. Ja. Ich weiß nicht. Eigentlich schon. Eigentlich... Ob die Typen... Die Zivilisten können ja nichts machen. Die kennen sich ja mit der Materie ja nicht aus. Verstehst du? Ja schon, aber... Vielleicht kann man bitte von dem Fenster weghalten. Das war nicht. Das war nichts. Ja, dort nur rein. Schau. Wo ist noch einer? Das waren jetzt aber wirklich alle. Kameras oder was? Ein Kameras kaputt. Ja. Dann die zwei... Da in der Mitte ist noch einer. Genau. Und ganz links ist noch einer dort. Ja. Das sollten alle gewesen sein. Jo. Müssten eigentlich wirklich alle gewesen sein. Ich hoffe es. Oder? Verdammt. Das ist jetzt so unsicher. Und das jetzt alle? Wenn ja, dann könnten wir jetzt rein rushen. Also ich sehe da keiner. Gut. Wollen wir rein? Ja. Aber wir dürfen keine Glasscheibe kaputt machen. Okay. Also nix. Nur hier rein rushen. Ne? Warte. Gehst du von der unteren Satter und ich gehe von oben wieder? Ja. Ne, geht nicht. Da draußen steht jemand. Also n paar Sand. Und wenn ich dann jetzt da reingehe, dann sieht das jeder. Okay. Von außen. Das wäre unnötig. Okay. Und rein. Und auf los. Ja. Ja. Ne, geht nur auf. Ja. Ja. Dann ist er ein Mann. Na, Wasser. Na, Wasser. Na, Wasser. Ja. 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 Na, Wasser. Ja. Ja. Ja, das ist ja so. Achtung. Mach mir nicht mehr draußen gleich. Mach du mal draußen. Und dann nimmst du Cluti Raum. Na super. Ich hab keinen Leichensack mehr. Ich komme jetzt mit dem Leichensack. Dort draußen liegen zwei leider. Also eigentlich mehr. Na ja. Ich hab auch gar nicht mehr Leichensäcke. Kann man nicht immer extra Leichensäcke kaufen oder so irgendwas? Wir müssen noch was nachgucken. Na wie kriegt man das jetzt auf? Ganz kurz. Ganz kurz. Gute Frage. Ja. Nur nach dem Warnungszeichen. Ja wir haben alle so ein Rutz Warnungszeichen. Hm. Das doch nicht. Doch das auch 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 auch. Ich hab nur die Idee. Ich hab nur die Idee. Ich hab nur die Idee. Ich erstmal nach oben mach erstmal jetzt in Dresor da oben. Hm. An. So. Jo Boeradan. Jo Boeradan. Das Wichtigste ist das wir jetzt erledigt. Okay. Okay. Hier macht man jetzt das zweite. Sind alle Alarm gesichert? Da. Um den Alarm an der Vitrine auszuschalten. Gemacht. Wo ist das gewesen? Hier. Das da? Ja. Hier. 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 Okay. Dann gemacht. Bin ich gespannt. Wollen wir es machen? Ja. Bleibt dir nichts anderes übrig. Ja. Das ist offen. Das ist offen. Da. Das ist einer draußen. Auf dem Boden. Bleib wo du willst. Bleib still. Passt. Müssen wir halt immer wieder halt rausrennen und kaputt machen. Ich kümmere mich schon drum. Okay. Ja. Läuft wieder. Also immer schön in die Mitte werfen. Mh. Ne, ne die Kasse. Das ist mal viel Geld. Du machst schon. Ja, ja. Wenn das nicht Kohle gibt, dann weiß ich auch nicht. So. Haben wir da noch irgendwo was? Nein, ich glaub das war jetzt alles. Dann werfen wir jetzt. Dann machen wir jetzt die Schlange. Ja. Das ist ein Snake. Verstehst du was ich meine? Ja. Ich gib es zu mir und ich schiebe es weiter. Ja. Oder ich weiß was, du bleibst draußen und ich schiebe es zu dir. Ja. Ich bin schnell, deswegen kann ich das ganz schnell machen. Ja. 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 Also ich würde sagen dann die ganzen einzelnen Taschen rein machen. Mhm. 60 Sekunden. Gut. Optimal. Oh, da hast du noch was an? Ja, der kann ruhig da laufen. Ja, jetzt sind wir am Automaten. Da bitte. Geht mal zum Bohrer, ich muss die Taschen reinmachen. Hm, auch wieder Geld. Wie viel? Großes Backern. Okay, 14.000 oder so. Hm. Das ist, wie viel wir brauchen. Ihr könnt euch bleiben und mehr bekommen, wenn ihr fühlt, wie ihr auf dem Rollen seid. So, ich glaube, jetzt haben wir alles. Wir können noch ins Auto-Geschäft reingehen, wenn du willst. Können wir mal. Wann auf. Ist da auch noch was drin? Gibt es da irgendwo Pakete noch? Geile Autos. Jo. Ein Falco-Gini. Alles klar. Achtung. Jo. Auch Wuscht. Jo. Geil. Jetzt haben wir schon mal ein... Wir sind jetzt schon mal auf Todes Mut. Juhu. Die letzten paar Sekunden müssen wir noch schaffen. Denkst du... Denkst du... Wollen wir wirklich noch mal warten jetzt darauf? Ja, warum nicht? Die paar Minuten jetzt noch. Sind jetzt auch schon wurscht. Nicht einmal... Ein bissl mehr als... Zweieinhalb Minuten sind's. Wir haben es wirklich geschafft jetzt. Geil. 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 Ich höre, wie geil das jetzt ist. Wir haben schon mal ein bis jetzt auf Todes Mut. Mhm. Wir beide. Jep. Wir haben ein Geschäft. Wie geil ist das denn? Uh, die ganzen Versanten sind hier hinten. Darf ich essen? Die tun eh nix. Außer 17.000 Dollar kosten. Ja. Ja, guck mich nicht. Drei Minuten. Perfekt. Falco Wien... Ja, das ist klar. Kennst du die Marke nicht? Das ist eine weltberühmte. Kenn ich wirklich nicht. Also, ich kenne nur Ali, das ist doch das mit den vier Streifen, oder? Vier Streifen? Das ist Fiat normalerweise. Ach, das war doch nur ein Joke. Ach so. Ah, typischer Nambu, Alter. Deutscher Schmäh, nicht vorhanden. Deutscher Schmäh, alles klar. Du kannst ja mal einen Pfeil fressen, wenn du willst. Schmecken aber nicht so gut. Naja, gib dir Pfeil ins Gesicht. Junge. Hab ihn. Interessant wäre das mit Kreissäge. Ich komme hier vor wie Legolas von Herr der Ringe. Oder Green Arrow. Green Arrow. Das ist der Robin Hood. Das ist der Robin Hood, ja. Speedwax. Superglas. Speedwax. Pew. Pew. Dun, 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 dun. Bisschen schneller. Oh. Schau, du hast dreimal drauf und schon ist hin. Teil gemacht. Ich lasse mal überall mein Markenzeichen. Ein Pfeil. Für die Bullen. Müssen wir ein bisschen Frischluft reinlassen. Alles klar. Wow, 10.000, fast sogar das wert. Das hat sich was gelohnt, das hat sich gelohnt. Ich sag's dir. Das lohnt sich irgendwann. Jetzt haben wir bestimmt eine Errungenschaft, wie ich das. Ich per erkenne. Ja. Hart wie ein Diamant. Ja, das ist ein bisschen Geld. Oh ja. Hey, wieso wir haben noch, weil das das Beste ist, wir haben das als Todesmutter erst mal jetzt geschafft für die Maske. Das Wichtigste. Ja. Ja, kann man glauben. 600.000 für die haben wir das okay. Boah. Die Erfahrung ist schon geil. Boah. Knapp 500.000. Alter. Level up. Ja. Nicht schlecht. Ich habe beide nicht mitgenommen. Du hast zwei Masken verpasst. Wulst. Geil. Nein. Geil, geil, geil. Schwarz ausgefüllt. Vielen Dank.